Waff, waff, shhh, Puppen-Mama! So, wir sind wieder zu Hause. So, wir ziehen deine Schuhe aus. Oh, da seid ihr ja wieder! Hallo Lolli! Rose hat Hunger. Lolli, kannst du das Wasser warm machen? Okay! Rose, wir waschen deine Hände! Das Wasser kocht! Das Wasser kocht! Danke schön Lolli! Wenn die Flasche warm ist, dann kriegt Rose ihr Essen! Es ist warm! Danke schön Prima! Lolli, kannst du Rose Bett machen? Okay, Alter! Ab, 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 ab! Oh nein, das Bett ist kaputt! Schau mal Alter, dieses Teil ist rausgegangen! Ich repariere das schnell! Oh nein! Alter, diese Teile musst du auch einbauen! Ha! Dankeschön! Ich glaube, diese Teile kommen hier hin! Das andere Teil hier hin! Prima, es ist wieder stabil! Nö... Komm Rose! Nö... 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 Schlaf gut, Froze. Habt ihr auch schon mal eure Spielzeuge repariert? Schreibt mir in die Kommentare. Tschüss.